Hallo liebe Trakener-Freunde, herzlich willkommen zum ersten Trakener-Kamingespräch. Hier spricht Marion Drache und dies ist eine Premiere und der Auftakt zu einem neuen Format, mit dem wir die Geschichte der Trakener in die Welt tragen. Wir starten mit einer spannenden Reise in das historische Trakenen mit unserem verehrten Erhard Schulte. Trakenens Landstallmeister und ihr Einfluss auf die Zucht, so lautet das Thema. Ich wünsche euch viel Freude. Herzlichen Dank, liebe Marion. Herzlich willkommen, ihr meine Freunde, hier unter diesen wunderbaren Kirschenbäumen und herzlich willkommen alle im Land. Ich weiß auch, dass Amerika bei uns ist. Ich freue mich sehr, dass ihr dank dieser innovativen, wunderbaren Technik heutzutage live dabei sein könnt. Und wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema gestellt, im Grunde die Gründungsgeschichte Trakenens im Lauf der Jahrhunderte und Jahrzehnte bis 1944. Und es waren insgesamt zwölf Landstallmeister. die Trakenen und seine Zucht geformt haben. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir uns heute auf einige wenige beschränken, die in meinen Augen die bedeutendsten und die einflussreichsten waren. Und nun beginnen wir mit der großen Geschichte Trakenens, die immerhin ja mehr als 200 Jahre gewährt hat. Trakenen wurde im Jahre 1732 gegründet. Von Friedrich Wilhelm I., dem Soldatenkönig, allein zum Zwecke, nun Pferde für seine Kavallerie zu züchten. Aus Sparsamkeitsgründen im Grunde, aus preußischer Sparsamkeit. Denn damit hatte sich die große Schwierigkeit erübrigt, in ganz Europa nach Kavallerie zu suchen, sie erwerben zu müssen. Und die königliche Schatulle wurde um vieles erleichtert, indem man die Pferde in einem Hauptgestüt, das damals als Hofgestüt deklariert wurde, 1732 nun zu sammeln. Aus allen kleinen königlichen Privatgestütten, aus den kleinen Gestütten in Litauen, in Preußen kamen hier Pferde zusammen. Und es waren bereits 1732, nach vielen Jahren der Kultivierung dieses im Grunde wilden Landes, das aus Mooren und aus Wäldern und aus Heideflächen bestand, nun im Jahre 1732 bereits über 1000 Pferde. In den Typen, im Habitus, in den Rassezugehörigkeiten, soweit man damals überhaupt schon von Rassen sprechen konnte, total unterschiedlich. Aber hier diese Karte, die ihr nun seht, die bezeichnet Trakenen eigentlich bereits zur Blütezeit im 20. Jahrhundert. Also kurz vor dem Untergang 1944. Hier habt ihr das Hauptvorwerk. Trakenen mit dem Schloss, dem Jagdstall, dem Hauptbeschälerstall, den Wohnungen der Gestütsbeamten, der Veterinäre und natürlich des Landstallmeisters. Und dann geht diese wunderbare Allee, zu der wir gleich noch kommen, hoch an die Reichsstraße 1, die dann weiter an die litauische Grenze führt, bis nach Altkunen. In Aachen begann sie. Und das ist diese Straße. Und wer mit mir in Trakenen war, der biegt dann hier ab, an dieser Allee, am Bahnhof vorbei, Richtung Hauptvorwerk Trakenen. Rechterhand haben wir dann Gudin, wo einmal die Fuchsherde stand. Rechterhand Jonastal, wo die schwere, gemischtfarbene Herde in späteren Jahren stand. Linkerhand Kalpakin, die braune Stutenherde. Seit jeher, seit Beginn war sie dort zu Hause. Und hier haben wir Gurschen, die Rappherde. Seit Beginn der Trakener Herdeneintalung waren hier die glänzenden, schwarzen, herrlichen Stuten in Rappfarbe zu Hause. Hier Taukenischken, erst spät begründet, die Araberherde. Und hier Bajorgallen. Und da fahren wir ja dran vorbei, wenn wir nach Trakenen hineinfahren, über diese herrliche Allee, die über den Pisa-Kanal und die anderen Entwässerungskanäle direkt ins Hauptvorwerk hineinführt. Und ihr habt hier einen Blick auf das Hauptvorwerk. Hier seht ihr genau noch einmal, wo, wie, wann, was. Und zu dieser Geschichte kommen wir dann später in den Einzelheiten noch einmal. Hier wieder die Trakenenallee von der Reichsstraße 1 in das Hauptvorwerk hinein. Da oben war jetzt Bajorgallen. Linke Hand der Hauptbeschälerstall in dieser riesigen Ausdehnung. Fotos werdet ihr später noch sehen. Und dann haben wir hier schon das Schloss, das Landstallmeisterschloss. Hier das Trakener Tor und hier der neue Hof mit dem Jagdstall, dem Auktionsstall, der Auktionshalle und so weiter und so fort. Nur um euch einmal zu dokumentieren, welche Ausmaße und welche architektonische Kunst hinter der Planung dieses Hauptgestüts mit allen seinen Vorwerken bereits in den Anfangszeiten hatte. Doch beginnen wir eigentlich bei dem Jahre 1787. Diesem Landstallmeister habe ich kein eigenes Kapitel hier gewidmet, aber er muss hier auf jeden Fall erwähnt werden. Das ist Oberstallmeister Graf von Lindenau, der im Jahre 1787 bereits die Musterung aller Pferde in Trakenen unternahm. Er selektierte hart. Er schied alles aus, was seiner Idee hinsichtlich einer vorzüglichen Heeresremonte nicht entsprach. Er teilte als erstes die Herden nach Farben ein. Die Rappen gingen nach Gurschen. Die zwei gemischtfarbenen Herden standen zunächst in Trakenen und im Bajorgallen. Die braunen standen in Kalpakhin und die Böckse standen in Gudin und erteilte auch dem Auftrag des Hofgestüts entsprechend die Pferdetypen in ein Reitgestüt und in ein Wagengestüt ein. Genau nach den Erfordernissen des des preußischen Marschstalls in Potsdam, der Wagenpferde für die Prachtgespanne benötigte und Reitpferde für die Offiziere und die Königsfamilie. Das hat sich dann später geändert. Und dann das Wichtigste. Dasselbe Jahr 1787 führte er das Brandzeichen ein, der einfachen Elkschaufel auf der rechten Hinterschenkel. Warum die Elkschaufel? Weil Ostpreußen seinerzeit das einzige Einstandsgebiet des Elches im Königreich Preußen war. Die kamen über das Haft geschwommen, gingen nach Elchniederung und lebten dort im äußersten Osten, preußisch-Litauens nannte man das. Und jetzt kommen wir in meinen Augen vielleicht, nein nicht in meinen Augen, in den Augen der großen Hippologen vielleicht zu dem größten, der Landstallmeister. Und das war dieser Karl Friedrich von Burgsdorf, seinerzeit noch als litauischer Landstallmeister bezeichnet. Weil dieser Teil, wo Trakenen lag, gehörte seinerzeit nicht zu Preußen. Das war Litauen. Und nach wie vor, wenn ihr heute mit mir nach Nemunas, nach Litauen, ins litauische Staatsgestüt war, Lukas, ihr wart dort, ist der Trakener dort nationales Kulturerbe, weil er aus dem ehemals litauischen Teil Ostpreußens, dem Hochzuchtgebiet stammte. Das waren die Kreise Gumbinnen, Stalopönen, Darkämen, Pilkallen. Das war alles preußisch-Litauens. Dieser Karl Friedrich von Burgsdorf war ein großartiger Pferdemann, dem edlen Pferd verschworen. Er war bereits in den preußischen Kriegen mit Frankreich Ende des 19. Jahrhunderts mit dem preußischen König als sein Landstallmeister mit in Frankreich im Feldzug gewesen. Dann übernahm er im Jahre 1808 die Assistentenstelle des Landstallmeisters unter Friedrich Karl Ludwig von Below. Und nach dessen Ausscheiden wurde er ab 1814 Landstallmeister von Litauen. Er führte die ersten Reitpferdeauktionen ein. Er schuf im Jahre 1821 das erste Remontedepot in Ostpreußen bzw. preußisch-Litau. Und er war daher auch Mitbegründer des Landwirtschaftlichen Zentralvereins von Insterburg. Das war ein Zusammenschluss aller Landwirte in dieser Provinz, der großen Pferdezüchter. Also er war ein großer Vorreiter in der Verbindung der Pferdezucht zu Landwirtschaft. Und an diesem 13. Juni 1821 hat er bei der Gründungsversammlung dieses Zentralvereins verkündet in diesen zitatmäßigen Worten, durchdrungen aber bin ich von der festen Überzeugung, dass meine Sache nur ein kleiner Zweig der Landwirtschaft sei, der jedoch auch nur vereinigt mit ihr in engster Beziehung nie ohne sie fortblühend werde, mit einer zweckmäßig geleiteten Pferdezucht, aber zugleich auch die Ausbildung aller anderen landwirtschaftlichen Erwerbszweige ungestört sich entwickeln und Früchte tragen können, wenn anders die Örtlichkeit nicht zu feindlich entgegentritt. Ein Visionär. Er hat im Grunde der Ostpreußischen Landwirtschaft die Grundlagen gelegt, für deren Blüte, für deren Einkommen bis 1944 durch die Kriege unterbrochen. Ein großartiger Pferdemann, der wie gesagt dem Edelfährt anhink. Und er fuhr selbst nach England. Und weil er ein Anhänger des Blutpferdes war, erwarb er dort vor allen Dingen diesen englischen Vollblüter Blackamore, der in England 1811 geboren wurde und dann neun Jahre in Trakenen als Hauptbeschäler wirkte. Kein Trakener Pferd in der heutigen Zeit führt ihn nicht im Hintergrund. Blackamore, eine der großen Stammväter. Oder Tigranes, den holte er aus dem Friedrich-Wilhelm-Gestüt, Neustadt-Dosse, nach Trakenen. War ein Sohn des Vollblutarabers aus der Wüste Coilan. Und dieser Hengst beschreibt im Grunde das Ideal seines edlen Pferdes. Von ganz viel Schönheit geprägt, mit deutlichen Reitpartien, natürlich auch mit dem arabischen Erbe ausgestattet in jeglicher Hinsicht. Eine der ganz großen Stammväter dieser Rasse. Im Übrigen stammen diese Fotos, das sind Kopien von dem berühmten burgdorfschen Tafelservice, das ihm die ostpreußischen Züchter aus Dankbarkeit anlässlich seines Ausscheidens im Jahre 1842 überreichten. Dazu zählte ein riesiger Pokal, ein Silberpokal, wo alle Züchter und alle Privatgestüte ihre Namen eingraviert hatten. Gott sei Dank hat dieses Tafelservice und auch die Pokale im Besitz der Familie von Burgsdorf den letzten Zweiten Weltkrieg überstanden und ist nach wie vor wohlbehalten auch aufgehoben und der Öffentlichkeit zugänglich. Er fuhr eben auch in den oder ließ Gesandte in den Orient fahren oder erst mal noch nach England. Er holte aus England eben auch Halbblüter, hier dieser Driver. Er musste auch zusehen, dass das Wagengestüt nun an Stärke und Substanz behielt. Dieser Driver hat vor allen Dingen auch in der braunen Herde und in der Rappherde ganz Wesentliches bewirkt. Unter diesen Black Hamilton, ebenfalls in England, auch der ein großer Stammhengst grad in den Rapplinien der Trakener-Zucht bis in die heutige Zeit. Das waren ja die Beginne der englischen Vollblutzucht. Der englische Vollblüter ist nicht viel älter wie der Trakener hinsichtlich seiner Gründungsjahre. Und bereits in diesen Jahren hatte er nun das Gefühl, dass Rennleistung, Härte, Stamina, Gesundheit auf der Rennbahn erprobt unabdinglich waren für den Fortgang der Trakener-Rasse im Hauptgestüt. Und aus diesem Grunde fuhr er nach England und holte sich diese Hengste. Und dann war er auch in London auf der Suche nach englischen Vollblütern. Es gibt eine Legende. Ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht. Aber die Legende sagt, dass Wilhelm Karl Friedrich von Burgstorf in London vor einer Droschke einen ganz besonderen Vollblutaraber-Schimmel fand. Er kam in Verhandlungen. Dieser Schimmel trug noch das Amulett der Beduinen um seinen Hals auf der Brust. Es ist eine Legende, vielleicht verklärt durch die Jahrhunderte, aber etwas muss dran sein. Er erwarb diesen Hengst. Und das war Nedjet. Keine Abstammung. Nur sein Amulett, was die Beduinen, den wertvollsten ihrer arabischen Pferde, um den Hals hängen, um die Reinblütigkeit zu dokumentieren, das war vorhanden. Wir haben keine Abstammung von ihm. Aber er ist einer der ganz großen Stammväter der Trakener-Zucht geworden. Er hat dann wirklich gewirkt bis 1839. Und wie er dann im hohen Alter dann abtrat von der züchterischen Bühne, da hatte er Grundlagen gelegt. Und von diesen Grundlagen zehren wir noch heute. Zu diesem Gemälde von Steffek gibt es eine ganz besondere Geschichte. Wie ihr alle wisst, hatte das Hauptgestüt Trakenen eine der kostbarsten Gemäldesammlungen, Pferdegemäldesammlungen Europas. 1945 gingen sie alle nach Kirov, gemeinsam mit den Pferden. Und vor drei Jahren bekam ich, wie das heutzutage so ist, WhatsApp-mäßig, eine Nachricht von einem Herrn Wagner aus Weißrussland, der mir mitteilte, ich sei ihm bekannt geworden, er habe zwei Gemälde aus Trakenen erwerben können und würde sie zum Kauf anbieten und schickte mir Fotos. Darunter befand sich das Original von Nedjet von Steffek. Ich natürlich nach zwei schlaflosen Nächten alle Energien in Gang gesetzt, meinen Anwalt beauftragt, Echtheit und Eigentum zu checken und zu prüfen. Das war alles. Die Gemälde waren inzwischen in Deutschland bei der Tochter des Herrn Wagner in Fürth bei Nürnberg, hingen dort in der Küche. Er wollte ganz viel Geld dafür haben. Und viele Anwesende unter euch und draußen bei euch haben dazu beigetragen, dass wir diese beiden Gemälde sichern konnten. Und sie sind heute wohlbehalten im Deutschen Pferdemuseum in Pferden. Und Nedjet zählt dazu. Und wer vor diesem Gemälde steht, der kann sich dem Zauber und der Ausstrahlung und Bedeutung dieses wunderbaren Pferdes nicht entziehen. Dann kam eine andere Zeit. Zuerst waren sieben Jahre mit zwei Landstahlmeistern, die wir gar nicht erwähnen wollen. Trakenen war im Niedergang. Korruption herrschte dort, gibt es auch. Kennen wir ja heutzutage auch. Aber dieser Friedrich Ernst August von Schwicho, der nun fast 20 Jahre Trakenen geleitet hat, der hat vor allen Dingen eines geschafft. Er hat das Pferd stärker gemacht. Der arabische Typ war noch vorhanden. Im Habitus aber mehr dem Gebrauchspferde nun angepasst. Das schaffte er durch eine Verbesserung der Fütterung. Die Landwirtschaft brachte er in Schwung. Die Düngemaßnahmen in Trakenen, die Weidewirtschaft, die Weidepflege nahm damals bereits Maßstäbe an und Grundlagen wurden dort geschaffen, die bis zum heutigen Tage aktuell sind. Das ist auch ihm zu verdanken. Er vermittelte der Fuchsherde in Guddin ihr eigenes Gesicht. Die Rappherde und die braune Herde in Kalpakin entstanden in einem Gleichmaß, in einer Gleichform in Typ und Habitus, wie sie kaum jemand erwartet hätte. Er betrieb eine übertriebene Inzucht. Schaut euch diese Typen an. Die sind aus seiner Zeit entstanden. Das sind Trakener Hengste, die der König von Preußen an die Kaiserin Eugenie von Frankreich als Geschenk übermittelte. So gleich im Typ, so ähnlich im Habitus. Und Kaiserin Eugenie zögerte nicht lange, nahm das Geschenk dankend an und brachte diese Hengste in ihren kaiserlichen Gestüten in Frankreich. Deswegen kann man davon ausgehen, dass in den heutigen Anglo-Arabern von Pompadour oder auch in den edlen Sportpferderassen Frankreichs immer noch das Blut dieser Hengste pulsiert. Der nächste. Ernst August von Schwischow betrieb eine übertriebene Inzucht auf diesen Thunderclap. Thunderclap, ein Sohn des aus England importierten Michael Fell, 20 Jahre Hauptbeschäler in Trakenen, ein Fuchshengst, der damals als das Ideal des Reitpferdehengstes gepriesen wurde. Leider teilweise durch Inzestzucht, dass der Vater seine Töchter deckte und dadurch letale Probleme entstanden, Unfruchtbarkeit und Fohlensterblichkeit und so weiter. Nicht so viel hinterblieben von ihm oder übrig geblieben von ihm, wie eigentlich erwartet. Aber dieser Thunderclap hat die Trakener Füchse weltberühmt gemacht in den ersten Generationen. Oder er hatte diesen Sahama aus England geholt. Der Stammvater, der Rappherde, der nun über seine Söhne und Enkel dann im Grunde den Weg in die Zukunft bereitete. Ganges, der Anglo-Araber, Nobelmann der Anglo-Araber, Inspektor der Anglo-Araber, formten die Rappherde. Der englische Vollblüter Snyders, die Halbblüter aus England, Oromedon and Reprobate, sie formten die braune Herde. Und der ist der Züchter von Venerato und Vorwärts. Beide aus der Vecordia von Black Hamilton, den wir vorher schon sahen. Und dieser Venerator und dieser Vorwärts, die haben dann die große Geschichte Trakenens im 20. Jahrhundert eingeleitet. So sah das damals dann in Trakenen aus, bevor ein anderer großartiger Landstallmeister sein Amt übernahm. Das ist ein Blick hier auf den alten Hof in Trakenen, also mit dem Landstallmeisterschloss. Das war damals noch alles nicht so wohl sortiert und gärtnerisch angelegt, wie wir es dann in den letzten Jahrzehnten erleben durften. Dort ein Blick in das Hauptbeschälerhaus, das damals auf dem alten Hof, wo die Fuchshärde dann später residierte war. Und wir hatten dann eben auch die nächsten 40, 30, 40 Jahre dann die Amtsperioden von den Landstallmeistern Gustav Adolf von Dassel und von Frankenberg Proschwitz. Dieser von Dassel, ein großartiger Pferdemann auch, der sich dann eben wieder der Vollblüter benutzte, nach England fuhr, Marsworth holte, Freiponia, Hector, the Duke of Edinburgh. Er war der Züchter von Flügel, Tunnel, Fürstenberg, alles großartige Hauptbeschäler. Und diese Vollblüter, die ich gerade genannt habe, Freiponia, Hector, the Duke of Edinburgh, die zählen zu den allergrößten Stammvätern der Trakenerrasse. Wenn Dr. Schilke später einmal sagte, dass unter diesen hunderten von englischen Vollblütern, die in Trakenen zum Einsatz kamen, es eigentlich nur sechs oder sieben waren, die wirklich sich durchsetzend vererbten, Dann war das eben Snyders, den ich euch schon gesagt habe, Sahama, unter Fonschwicho, Marsworth, Freiponia, Hector und the Duke of Edinburgh. Das waren die großen Stammängste. Aber er hat auch etwas anderes getan. Die Pferde in Trakenen waren sehr leicht geworden. Sie waren für die Landwirtschaft nicht immer nun so geeignet, weil es ihnen dann Zugkraft fehlte, weil sie auch im Wesen, so in der Feinfühligkeit häufig, der bäuerlichen Hand, nicht ganz gewachsen waren. Und dann nahm er aus Frankreich drei Anglonom-Männer-Hengste ins Gestüt. Gloire, Guzman und Goudoir. Gegen den Widerstand der ostpreußischen Züchter. Er nahm auch einen Hannoveraner ins Gestüt. Solon, schwere Hengste mit großer Kraft, aber nicht dem Adel und der Schönheit. Und das Auge des ostpreußischen Züchters war streng. Denn Trakenen hatte seinen Alleinzweck, Hengste für die ostpreußische Landesferdezucht Trakener Abstammung zu züchten, nicht erfüllen können. Weil der ostpreußische Züchter wollte Adel, der wollte Schönheit, der wollte Athletik. Und es kam dazu, dass alle Nachkommen dieser Hengste von der ostpreußischen Stutburg-Gesellschaft abgelehnt wurden. Sie wurden nicht eingetragen. Und das führte nämlich dazu, dass diese Anglonom-Männer und diese Hannoveraner ganz schnell wieder ausrangiert wurden. Sie gingen dann in Pommersche Landgestütte. Und da gibt es einen wunderbaren Ausspruch, den muss ich euch eben auch zitieren, von dem damaligen Landstallmeister von Zelle von Spörken. Wer in Zelle war, kennt den Spörkenstall. Hat man ihn zum Denkmal gesetzt. Der damals im Sporn, das war die große Pferdezeitschrift, heute dem St. Georg vergleichbar, schrieb. Ihr Herren geht nach England, um Hauptbeschäder zu kaufen und vergesst dabei das eigene, so wertvolle Blut der Trakenerrasse, welches in Schönheit, Ebenmaß und Leistung so einzig dasteht. Der Trakener hatte vorher schon in den Preußischen Kriegen sich einen Weltruf geschaffen, als das beste Soldatenpferd und Kavaleriefeuerd. Und deswegen brauchte man auch keine Anglonom-Männer. Und deswegen brauchte man auch keinen Hannoveraner in jenen Zeiten. Denn das Hauptaugenmerk der Zucht, der Pferdezucht Ostpreußens, lag nach wie vor auf der Züchtung von Remonden. Landstallmeister von Frankenberg, noch kurz zu erwähnen, ist Züchter des großartigen Morgenstrahl, dieses Sohnes von dem englischen Vollbilder Blue Blood, dem auch als Vorgängerstatue von Tempelhüter vor dem Landstallmeisterschloss eine Bronze gewidmet wurde. Und jetzt kommen wir zu einem großartigen Mann. Dieser, das ist auch ein großartiger Mann, aber vierbeinig, dieser Flügel, der von Gustav Adolf von Dassel gezüchtet wurde und dann von den Nachfolgern eingesetzt wurde, er ist im Grunde dann das Symbol geworden für Trakener Typ. Er verkörperte in seinen gesamten Eigenschaften, in seinem gesamten Habitus, ein Sohn des Vorwärts, dann wieder, aus einer Thunderclap-Mutter, die wir schon vorher hatten, also Zuchtkonzept rund gemacht, verkörperte er das Modell der typischen ostpreußischen Heeresromante. Schön, reitportiert und einfach nur in jedem, in jeder Phase ein Reitpferd durch und durch. Er wurde im Grunde nicht nur der Begründer eigentlich dieser nächsten Jahrzehnte in der ostpreußischen Geschichte des Warmblutpferdes Trakener Abstammung, sondern er ist auch das Symbol für einen Trakener Typ. Kein Pferd in unserer heutigen Population führt ihn nicht wenigstens drei, vier, fünf Mal in weit hinter zurückliegenden Generationen. Weiter. Und dann ist hier einer meiner großen Helden aus Trakenens Geschichte. Burkhard von Oettingen war in Riga geboren, stammt aus einer alten baltischen Familie. Und er ist im Grunde derjenige, der dann Trakenen das Gesicht vermittelt hat, was es bis zum Untergang 1944 hatte. Er war ein begnadeter Architekt. Er war ein beseelter Gärtner. Er war ein Schriftsteller. Er hat den zweiten und dritten Band des Stutbuchs von Trakenen geschrieben. Er hat das Standardwerk Die Pferdezucht geschrieben. Und er war ein Hippologe von großartigem Wissen. Wenn man sich dann zum Beispiel in dem Hauptbeschälerbuch, heutzutage, was er auch, wo er jeden einzelnen Hauptbeschäler kommentiert hat, über den Hauptbeschäler Arthalt seine Worte anliest, die so lauten, gemein, stark und groß, korrekter, sehr schwungvoller, etwas breiter Gang. Viele Rohre, das sind Kehlkopfpfeifer und oft Galles, oft Gallen. Alles weiche Pferde, insgesamt ein großer Reinfall. Er konnte selbst nichts und seine Kinder erst gar nichts. So schrieb er, weil er ja ein Verfechter des Leistungsprüfungswesens war. Er hat die Trakener Jagden eingeführt. Er ist der Begründer des von der Golds Querfeldeinrennens in Trakenen. Nach der Pardubitzer Stiplechase, das schwerste Hindernisrennen des Kontinents. Er schaffte im Jahre 1907 die erste Meute an in Trakenen, weil Reitjagden ohne Meuten machen keinen Sinn und keine Freude. Er schuf auch die Einteilung in Wagen und Reitgestüt ab. Weil er sagte, das brauchen wir nicht. Wir schaffen es, aus unserem eigenen Zuchtpotenzial sowohl elegante Reitpferde als auch starke Wagenpferde zu züchten. Er führte die Einzäunung der Koppeln ein. Davor waren die Pferdeherden frei auf den Weiden von brittenen Hirten gehütet worden. Was natürlich dazu führte, dass sie nicht in den Genuss einer intensiven Ernährung auf den Weiden kamen, weil sie immer im Pulk zusammenstehen mussten. Diese freie Herdenhaltung war ein ganz wichtiges Symbol. Nächstes Bild. Und ihr habt hier einmal einen wunderbaren Einblick. Das hat seine Tochter, Gräfin Marissa Sponhek, von dem Schlossturm des Landstallmeisterhauses dieses Foto geschossen. Hier einmal vom Schloss, dann über den Kutschstall des Landstallmeisters, die Wagenremise, dann hinten der alte Boxenstall, also der Jagdstall, hier die Reithalle, hier der Auktionsstall und so weiter. Trakenen war eine Einheit geworden und nur dem Pferde dienlich. Hier ein Blick in den Boxenstall. 80 junge Pferde wurden dort in jedem Frühjahr aufgestallt. Hier nochmal der Boxenstall, die ganz klare dieser Achtse. Hier wohnte der Obersattelmeister Kiau-Lehn dann in späteren Jahren. Hier vorne waren die Reitplätze, also vor allen Dingen der Springgarten und auch die Laufgärten, wo die Pferde dann angeritten wurden. Und hier wohnten eben 80 Dreijährige drin. Die kamen im Frühjahr eines jedes Jahres hinein, von den Vorwerken, wo sie aufgezogen worden waren. Und wie das dann weiterging, erzähle ich euch gleich weiter. Hier hat er den Hauptbeschülerstall geschaffen. Wer mit mir in Trakenen war, der kann sich nur noch anhand der Reste erinnern. Hier dieses große Rondell. Hier kam man vom Hauptgestüt dann hoch. Hier das Rondell vor dem Hauptbeschülerstall. Hier eben der Hauptbeschülerstall. Und hier die gesamten Paddocks, wo die Hengste nach der Decksaison lebten. In jedem Hengstpavillon drei Hengste oder auch vier, je nach Größe. Dort hatten sie freien Zugang zu ihren Koppeln. Hier jeweils durch große Zäune und Mauern eben getrennt voneinander. Dahinter die Deckhalle und hier die Bewegungsplätze. Ein großartiges Werk auch der Architektur. Er war selbst ein begeisterter Reiter. Und selbst im Alter saß er noch im Sattel. und führte das Jagdfeld an. Hier im Sattel seiner anglo-arabischen Stute Sandale vom Oberjahn. Weiter. Und so ging das dann los. Das müsst ihr euch so vorstellen. Im Frühjahr eines jeden Jahres kamen die dreijährig gewordenen Pferde von den Aufzuchtvorwerken in den Jagdstall. wurden dort zum ersten Mal aufgestellt. Wie das die ersten zwei Tage und Nächte aussah, das kann sich jeder vorstellen, der ein junges Pferd aus der Herde herausholt und einzeln aufstellt. Sie quiekten und stiegen die Wände hoch. Und es war eigentlich der Teufel los im Boxenstall, im Jagdstall. Dann wurden sie angeritten, draußen vor dem Jagdstall. Es gab bis zu 45 Reitburschen in Trakenen, die dort ihre Ausbildung absolvierten. Dass es an menschlicher Arbeit und Unterstützung da nicht mangelte, kann sich jeder vorstellen. Deswegen macht es auch keine großen Probleme, 80 Dreijährige innerhalb von drei, vier, fünf Tagen anzureiten. Das ging natürlich nicht unter Knochenbrüche und unschöne Bilder ab. Und da man viel Platz hatte, konnte auch mal ein Dreijähriger sich seiner Reiterlast entledigen und einfach mal ein paar hundert Meter das Weite suchen. Das ging alles. Aber sie waren nach einer Woche fertig. Und da gingen sie schon raus. Im Pulg geht ein junges Pferd viel einfacher. Und dann kommt dazu, dass Trakenen ein Gelände hat, was unermessliche Weiten hatte. Und ein junges Pferd im Galopp anzureiten, ist, glaube ich, das natürlichste und schönste für Pferd und Reiter. Einfach immer voraus. Und dann im Pulg. Dann waren sie, also lasst sie Ende April reingekommen sein, dann waren sie Anfang Juni soweit, die ersten Jagden zu gehen. Die waren erst noch kurz. 1200 Meter. Die ersten Gräben wurden, waren schon vorher gesprungen worden. Die ersten Ricks waren schon vorher gesprungen worden. Und das ist aus der Saison dann im Sommer. Das war im Juli. Das sind dreijährige Pferde, die dort unter den Gestütswärtern ihre ersten Jagden gehen. Hier vorne übrigens im Vordergrund die Schimmelstute Polona, eine Tochter des Nana Sahib, zu dem wir noch gleich kommen werden. Und das ist dieser großartige Nana Sahib. Er machte ein Spring-Genie nach dem anderen, schrieb Gräfin Marissa von Sponnek. Ein Franzose, geboren 1900, den Burchardt von Oettingen, dieser großartige Mann, in Frankreich entdeckte. Dort hatte er schon sechs Rennen gewonnen, sechs auf der Flachen und sechs auf der Hindernis. Und sie schreibt in Erinnerung, es war nach meiner Erinnerung im Jahre 1906, als mein Vater mit mir nach Frankreich fuhr, um französische Vollblutgestüte und Pferde zu besichtigen. Von Trakenen kommend stieg man in Insterburg in den D-Zug. Mein Vater, der ein großer Weinkenner und Weinliebhaber war, hatte sich eine Flasche Mosel mitgenommen. Und diese nebst Glas auf den kleinen Klapptisch am Fenster gestellt. Da es ihm zu warm war, wollte er oben die Luftklappe ziehen, zog aber versehentlich die Notbremse. Bums hielt der Zug an. Ein Beamter erschien und sagte, sie haben die Notbremse gezogen. Worauf mein Vater ihm wütend ins Gesicht rief, er solle sich um bessere Kupplung des Wagens bemühen, da durch die miserable Kupplung eine Menge seines Thorienweins verschüttet wäre. Der Beamte sagte eingeschüchtert nur, jawohl, Exzellenz. Und das war er, dieser Burjard von Oettingen. Seine Trakenerwörter formten einen Spruch, Herr Landstallmeister, gehen immer mit dem Kopf gegen die Wand, aber die Wand gibt immer nach. Also ein wunderbarer Mann, ein großartiger Pferdemann, ein Architekt, ein Anhänger des Leistungsprüfungswesens, der diesem Nana Sahib seine große Aufmerksamkeit geschenkt hat. Auch dieses Gemälde von Professor Koch ist eines der beiden, von dem ich euch erzählt habe. Auch das hängt nun im Pferdemuseum in Pferden. Auch das hat mir Waldemar Wagner gegen viel Geld dank der Sponsoren und Mäzene aus allen Teilen des deutschen Trakenerverbandes oder europäischen, kann ich schon sagen, nun ankaufen lassen. Wunderbares hypologisches Denkmal, was wir ganz besonders würdigen. Er fuhr auch nach England, dieser Burjard von Oettingen. Gemeinsam mit Oberlandschirmmeister Georg Graf von Lehndorf, einer ganz großen Pferdemänner, der die gesamte preußische Gestütverwaltung in Händen hat. Und dort erwarb er Perfektionist, den großen Stammhengst der Trakener Zucht, Vater von drei Hauptbeschälern, Irrlehrer, Tempelhüter und Jagdheld in Traken, Irrlehrer in Beberbeck, Vater von 33 gekörten Söhnen und 34 Mutterstuten. In dreijährigem Einsatz. Nach drei Jahren brach er sich in der Box das Becken. Man hat monatelang versucht, ihn mit Flaschenzügen aufrecht zu stellen. Und es ging nicht. Beim letzten Mal brach er wieder zusammen, man musste ihn erlösen. Aber einer der ganz großen Vererber in Trakenens Geschichte, der eben auch hervorragende Leistungspferde geliefert hat. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch einfach noch drei Anekdoten zu diesem wunderbaren Burkhardt von Oettingen erzählen, weil Trakenen wurde mehr und mehr der Anziehungspunkt der sogenannten seinerzeitigen Prominenz. Es kam der Zar von Russland, es kam natürlich die preußische Kaiserin und der Kaiser auch, wenn er dann zur Jagd nach Romenten fuhr, macht einen kleinen Abstecher in Trakenen. Als die Kaiserin einmal die Hauptbeschäler besichtigte, war im Carré gerade der prachtvolle Vollblüter Kadix losgelassen, der nicht nur gute Springpferde machte, sondern selbst ein sehr gutes war. Deshalb hatte mein Vater, also Gräfin Marissa Sponnek erzählt wieder, an allen Seiten des Carrés zur Sicherheit Gestützwerte aufgestellt, die das Überspringen der Einzäunung verhindern sollten. Offenbar, um zu zeigen, was er konnte, übersprang Kadix den ziemlich hoch eingezäunten Gulli in der Mitte des Platzes. Da wurde die Kaiserin ängstlich. Und sie freute sich umso mehr über die Gutmütigkeit der anderen Hengste, die alle an Halftern vorgeführt wurden. Worauf mein Vater sagte, er könne die Hengste auch nur am Ohr vorführen, ohne Halfter. Er ging also und holte seinen Liebling Polarsturm am Ohr haltend heraus, aus seiner Box. Polarsturm und mein Vater hatten sich besonders gern. Der liebe zutrauliche Kerl knabberte ihm mit der Zeit nicht nur seinen ganzen Pelzkragen am Mantel kaputt, sondern krabbelte ihm auch gern an seinen Ohren, was der Kaiser ihn doch wieder zu gefährlich erschien. Und dann eben er als einer der Landstallmeister, der vor allen Dingen sozial dachte. Er hat vor allen Dingen den Gestütswärtern, den Gestütsmitarbeitern erst die Wohnungen geschaffen und die Wohnhäuser geschaffen, damit sie ein 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 gesundes Leben mit ihren Familien Leben konnten. Seine Leute in Trakenen liebten ihn alle, denn er sorgte für sie ohne Rast und Ruhe. Gleich im ersten Jahr seiner Amtszeit baute er mehrere Familienhäuser. Die Folge davon war, dass die Kindersterblichkeit, die in den alten Wohnungen sehr groß gewesen war, von Jahr zu Jahr sank. Und es dauerte nicht lange, da entstanden fünf neue Schulen in Trakenen. Bei der Oberrechnungskammer in Berlin war er nicht gut angesehen. An allem mäkelte man herum. Entweder waren die Hauswände zu dick gemauert, was doch wegen des kalten Winters unbedingt nötig war, oder die Einzäunungen für die Pferde waren zu hoch und zu kostspielig. Da passierte etwas, was meinem Vater voll und ganz rechtfertigte. Gerade als der Wagen mit dieser schwierigen Kommission aus Berlin in Trakenen an dem Paddock des Hauptbeschälers Nana Sahib vorbeifuhr, sprang dieser prachtvolle anglo-arabische Schimmelhengst in kurzem Anlauf über die zwei Meter hohe breite Steinmauer. Mein Vater sagte nichts, die Kommission auch nichts. Fortan hatte er seine Ruhe. Also, ganz besonderer Mann und wie ich den von den russischen Zaren erzählte, da muss man auch diese Anekdote noch anfügen. Einige Jahre von dem Ersten Weltkrieg, als meinem Vater vom Ministerium zusammen der damalige russische Oberlandstallmeister zu einem Besuch gemeldet wurde. Wer aber nicht kam, war er, die russische Exzellenz. Im Dezember derselben Jahres war bei uns große Hasen Treibjagd. Da kam vom Bahnhof die Meldung, dass seine Exzellenz der russische Oberlandstallmeister auf dem Bahnhof auf Abholung Warte. Die Treibjagd konnte jedoch nicht unterbrochen werden. Und so wurde der Oberlandstallmeister auf dem Stand meines Vaters gebracht und musste die ganze Jagd frierend mitmachen. Als man ihn fragte, warum er nicht schon im Sommer gekommen sei, war seine Antwort im gebrochenen Deutsch, ja denken Sie, wir haben uns in der Bahn so gut unterhalten und fuhren und fuhren und fuhren und mit einem Mal waren wir in Paris. Nun sollte mein Vater ihm drei Worten beschreiben, damit er es zu Hause berichten könne. Echt russisch. So, so viel eigentlich zu diesem wunderbaren Burjard von Oettingen, weil wir jetzt in die große Zeit des Trakener Leistungspferdes eintauchen. Hier haben wir nochmal Optimus, einen seiner Hauptbeschäler, weil er es auch geschafft hat, den Trakener zu verstärken. Aus dem Hauptgestüt Beberbeck holt Herr Optimus, diesen schweren Hengst, der vor allen Dingen die Rappen, die Rappher, den Gurtschen, sehr viel schwerer gemacht hat und sehr viel massiver gemacht hat. Und hier ist nun sein Schwiegersohn. Auf der linken Seite Kurt Graf von Sponnek mit einer wunderbaren Tochter dieses großen Perfektionist namens Schwertlilie. Und hier ist die Tochter Borchardt von Oettingens, Marissa Grefin Sponnek auf Extrafeind von Nana Sahib. Sie ritt fast jede Jagd mit und der Landsteilmeister auch. Es waren die Zeiten des großen Trakener Leistungspferdes. Er hat teilweise in vielen Jahren seines Wirkens von 19 Hauptgestüttern allein 14 englische Vollblüter eingesetzt in einer Decksaison. Es waren die Zeiten der Nachkommen von Nana Sahib, von Master Magpie, von Cherie, von Blagueur, von Christian Devet, von Parse, von Jagdheld, von Fischerknabe, wie sie alle heißen. Er hat es wirklich geschafft, den Ruf des Trakener Leistungspferdes zu einem Weltklasse Begriff zu machen. So sahen diese Jagden aus, wenn sie dann geritten wurden. Und Trakenen hatte 350 feste und natürliche Hindernisse. Nun stellt euch mal vor, wie diese Jagden dann laufen konnten. Das waren Bodenwelle, das waren Koppelricks, das waren Flüsse, das waren Bachläufe, das waren Walddurchritte, das waren weite Flächen. Es war eigentlich alles da, was das Herz des Jagdreiters erfüllt. Und so war dann auch diese Zeit einfach geprägt durch diese großen Blüter. Wie gesagt, sie ritten fast jede Jagd mit. diese Gräfin Marissa von Sponeck hat dann selbst ein eigenes Jagdtagebuch geführt, was es heute noch antiquarisch gibt. Trakener Jagden heißt das. Und da hat sie in jedem Jahr auch die Auktionspferde im Herbst beschrieben, die sie in der Saison in diesen 50 Jagden im Feld mit reiten durfte. Aus mit der Stimme eines Mitgliedes der Meute. Und das will ich euch mal vorlesen. Sie schreibt also im Grunde als Beagle oder als Foxhound. Und nun zum Schluss kommt unser aller Liebling auf diese Auktion. Und ich heule ganz in Moll, wenn ich an seinen Verkauf denke. Tagesdienst. Vierjähriger Fuchs von Koronell. Zwei Saisonjagden gegangen. Warum lieben wir Hunde dieses Pferd so besonders und von Herzen? Seit der Zeit, wo unsere Ahnen in Trakenen das Glück hatten, englische Pferde hinter sich zu hören, seit dieser Zeit folgte uns keiner so herrlich wie dieser Tagesdienst. Ein Pferd mit goldenem Kindercharakter. Wie liebevoll steckte er seine Nase an unsere Ohren und ließ uns beim Ausritt an seine Rippen springen, ohne böse zu werden. Ein Pferd mit rührender Pomadigkeit, bis es losgeht. Dann aber mit einem Löwenherzen gehend über das schwerste vom Schweren und dabei vorsichtig wie ein Fuchs und klug wie kein Mensch, aber freilich tut er mächtig Pullen. Er ist für Jagden schnell genug, für Rennen kaum, für Dressurzwecke vollkommen ungeeignet. Nein, Springen ist sein Beruf und seine besten Tage waren, als er unter Graf Sponnek über Judenbach und Reitdamm gehen durfte, immer etwas nebenbei und alleine geritten und an den gröbsten Stellen. Kein Mann mit einer Kaufmannsseele, nein, nur einer mit lachendem Reiterherzen ist seiner würdig. Und dieser Tagesdienst wurde eines der erfolgreichsten Springpferde Europas nach der Auktion in berufener Hand. Weiter. So sahen diese Jagden aus. Ihr habt ihr bei so einen kleinen Das kann ja dieser Beagle gewesen sein, dieser Foxhound, der erzählt hat von der Jagd, der hier vorne gerade aus dem Graben kriecht. So sah das aus. Natürlich entledigte sich auch mal einer seines Reiters und hier so ein Koppelrick und dann der Graben davor und das Jagdfeld dahinter weiter. Und dieser Kurt Graf von Sponeck, er hatte eben auch recht mit seiner damaligen Zuchtphilosophie, weil er hat einige großartige Leistungspferde gezüchtet, wie diesem wunderbaren Morgenglanz, ein Sohn des Nana Sahib, den ihr schon gesehen habt, aus der Monogamie von Lauer, den Herbert Frick zu seinen größten Erfolgen ritt. Er war Sieger im deutschen Spring für Derby in Hamburg 1930 und hier unter Willi Spillner im großen Preis von Ostpreußen. Wunder Wunderbare Leistungspferde, die ihr erste Leistungsattribute im Jagdfeld von Trakenen gezeigt haben, als Dreijährige oder Vierjährige. Dann im Herbst eines solchen Jahres über die Auktionen in die Hände von solchen Spitzenreisern kamen und haben dann solche Karrieren erlebt. Und das ist einer meiner ganz besonderen Lieblinge. Den hat Graf von Sponeck in Irland entdeckt. Und er hat geschrieben in seinen Memoiren Ich war mir über das fragwürdige Temperament dieses Hengstes im Klaren. Aber kein Wunder bei seiner schandbaren Haltung in Irland. Denn er lebte in einer kleinen Hütte ohne Licht und Fenster nach draußen. Und erholte ihn. Und in Trakenen wurde er zu einem der ganz großen Leistungsvererber. Aber nicht unwidersprochen, denn er galt auch als das Biest. Er war, wie er allgemein genannt wurde, ein Biest. Er hatte sehr viel Temperament und regte sich über jede Kleinigkeit auf. Wenn man sich seiner Box näherte, war er sofort da, drehte sich um seine eigene Achse und keilte nach allen Seiten aus. Am schlimmsten war es, wenn in der Deckzeit ein anderer Hengst an seiner Box vorbeigeführt wurde und er Rossegeruch verspürte. Dann gebärdete er sich wie ein Wilder und machte dadurch auch die anderen Hengste verrückt. Er schlug dann nicht nur an die Boxentür, sondern auch an die gekachelte Wand, die dadurch zum Teil zerstört war. Da es keinen Zweck gehabt hätte, sie zu erneuern, blieb sie in diesem Zustand. Die Vorder- und Seitenwände und ebenso die Tür waren in der oberen Hälfte mit eiseren Trallien versehen und der Türverschluss bestand aus einem Schnappschloss, das nur von außen geöffnet werden konnte. Master hatte es bald raus, wie man die Tür aufmachte. Um an den Schnepper heranzukommen, bog er mit den Zähnen beide Stäbe auseinander, hob den Schnepper mit den Lippen hoch, bis dann in die Trallien, schob da durch die Tür auf und raste dann auf der Stallgasse wie ein Besessener herum und scheuchte seine Artgenossen aus der nächtlichen Ruhe heraus, die ebenfalls dann wild wurden und ging dann, als sein Wärter kam und ihn beruhigte, fromm in seine Box zurück. Als dieser Wärter 1914 zum Militär eingezogen wurde, verstand es keiner mit Master Magpie noch umzugehen. Er gebärdete sich wie ein Berserker und war nicht mehr anzufassen. Darauf gelang es dem Landstahlmeister von Sponek, Gestützwerte Kamuzki unabkömmlich zu stellen und er kam von der Front zurück zu seinen Master Magpie und die Welt hatte wieder ihren Frieden. So viel zu diesem wunderbaren Ängst, der vielleicht in unsere Zeit gar nicht mal so hineingepasst hätte, aber das zeigt auch einfach mal, was das für Pferdeleute waren damals, wie die mit auch sehr sensiblen, auch schwierigen Pferden umgehen konnten. Und dann eben diese Begeisterung, dieses Beseeltsein für die Jagdreiterei. Da gab es zum Beispiel in Trakenen ein Ober Veterinärrat Matthias, der ritt im hohen Alter noch die Jagden mit. Die Vielfalt der Hindernisse war so imponierend, unterschiedlich schwierig und je nach Wasserstand auch das Durchklettern der Kanäle so kompliziert. Vor vielen Jahren ritt der damalige Ober Veterinärrat Matthias, ein begeisterter Reiter, ritt mal wieder eine Jagd mit. Neben seiner Tüchtigkeit im Beruf war er ein ebenso tüchtiger und starker Zigarrenraucher bei jeder Gelegenheit. Bei der besagten Jagd kam das Pferd von Matthias beim Einstieg in den Kanal von den Beinen. Matthias ging über die Ohren ins Wasser, tauchte auf der anderen Seite wieder auf. Da stand sein Freund auf dem Damm als Zuschauer und meinte nur lakonisch. Aber Matthias, du ruchst ja gar nicht. Einfach um euch mal zu erzählen, wie diese Menschen eben auch dieser Empathie mit den Pferden zusammen zu leben, sie zu reiten und die Begeisterung an der Reiterei zu leben. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter mit den Jagden und mit dem Leben in Trakenen. Weil Graf Sponek hat Tempelhüter aus dem Landgestüt Braunsberg geholt. Und er wurde dann der große Hauptvererber. Dieser Hengst hat eigentlich vier Landstallmeister erlebt. Er wurde von Burchard von Oettingen gezüchtet, von Graf Sponek als Hauptbürste nach Trakenen geholt, von Siegfried Graf Lehndorf im richtigen Maße eingesetzt und der letzte Landstallmeister Dr. Ehlert, er hat ihm dann das wohlverdiente Gnadenbrot gegeben. Vater von mehr als 60 Töchtern zahlreichen Söhnen. Wie er geboren wurde, wollte man ihn eigentlich töten, weil seine Vorderbeine so krumm waren, dass man ihm ein weiteres weiterleben ersparen wollte. Aber dieser berühmte Matthias, der nicht mehr rocht, wie aus dem Graben stieg, der hat ihm das weiterleben ermöglicht. Er hat gesagt, das schafft er, das kriegen wir hin. Er ist im Großen und Ganzen vielleicht unter allen diesen Besprochenen für mich der bedeutendste und der auch am meisten verehrenswürdigste Siegfried Graf von Lehndorf. Er hat vielleicht nicht die großen politischen Probleme seiner Vorgänger gehabt mit Kriegen, denn Kurt Graf Sponnek, sein Amtsvorgänger, hatte den vierten Treck Trakenens, die vierte Räumung Trakenens, im Anfangsjahr des Ersten Weltkriegs zu bewältigen. Bereits 1798 war Trakenen schon mal geräumt worden vor einem Einfall der polnischen Armee. 1806 vor den napoleonischen Armeen bis nach Russland hinein, alle Gestützbestände und 1812 noch einmal vor den napoleonischen Armeen bis nach weit nach Schlesien hinein, bis kurz vor die Karpaten. Und 14 war eben auch nochmal der vierte Treck, die vierte Flucht der Trakener. Er war mit den Folgen beschäftigt dieses Ersten Weltkrieges. Denn durch das Diktat der Siegermächte, durch den Versailler Vertrag, war das deutsche Heer auf ein hunderttausend Mann Heer gesunken, geschrumpft. Dadurch fiel die Hauptaufgabe Trakenens in der Bereitstellung von Hengsten für die Erzeugung von Remonten im Lande weg. Die Landwirte in Ostpreußen wollten mit diesen blutgeprägten leichten Pferden nicht mehr arbeiten. Sie hatten auch nicht die Fachkräfte dazu. Sie wollten ein schwereres Pferd. Es war eine Zeit, wo der Fortbestand Trakenens auf Messerschneide stand, weil keiner noch wusste, wie das sich wirtschaftlich weitertragen sollte. Dazu kam, dass auf Geheiß des Landwirtschaftsministeriums in Berlin 1921 noch mal ein Anglornomanne nach Trakenen gestellt wurde, namens Floral, um die Pferde zu verstärken. Wieder waren es die Ostpreußischen Züchter, die sagten, nein, seine Nachkommen werden wir nicht anerkennen. Dann ging er nach Warendorf ins Landgestüt und wurde zum großen Begründer Hengst und Reformator im Haupt- und Landgestüt Marbach. Wie Landstermeister Graf Lehndorf nach Trakenen kam, hatte als erstes den Floral erst mal aussortiert und nach Westfalen geschickt. Er war vorher schon Landstermeister von Graditz gewesen, kannte die englische Vollblutzucht ganz genau, er kannte die Warmblutzucht, die in Graditz auch zu Hause war, eben sehr genau. Und er wusste ja ganz genau, was für Anforderungen auf ihn kann nur aus der Reinzucht selbst geschehen. Wir können nicht kreuzen, wir können kein anderes Blut einsetzen, wir müssen es aus der eigenen Zucht schaffen, dieses Pferd größer und stärker zu machen. Und er schaffte es, weil er ein Visionär war. Schwierig im Umgang, eine früh erworbene Taubheit, also eine Schwierigkeit, macht ihn häufig unnahbar zu seinen Gestütz Mitarbeitern, aber hoch anerkannt von ihnen aufgrund seiner Gerechtigkeit und seiner großartigen Visionen in der Zucht. Er zog in den Ostpreuschen Landesgestüten umher und suchte nach reinblütigen Ostpreuschen Hengsten als Hauptbeschüler, fand dann 1921 diesen Reichsstern. Der verließ ihn dann zu seiner Erleichterung bereits ein Jahr später durch plötzlichen Tod, weil er auch meinte, es müsste bessere geben. Und das gelang ihm eben auch, dass er dann zum Beispiel im Landgeschüt Gut Wallen in der Nachbarschaft von Trakenen den Hengst Waldjunker fand, den Vater von Bussard, diesen großartigen Vererber, der die Rappherde verstärkte und konsolidierte und Blutanschluss fand an das Blut von Black Hamilton und Black Hamur und Venerator und Vorwärts und so weiter. Wieder aus der Rasse heraus. Oder eben auch diesen Ararat, der in Trakenen selbst geboren war und der eben auch ein richtiger Verstärker war, allerdings mit großartigen reiterlichen Eigenschaften. und von dem gibt es auch so eine ganz wunderbare Anekdote, als einmal das Jagdfeld auf der Heimkehr an seinem Paddock vorbeikam, setzte er in einem Sprung über seine 1,80 Meter große Paddock Mauer, ging zum Jagdfeld und probierte die Stuten des Jagdfeldes ab. In aller Ruhe, bis dann ein aufgeregter Gestüßwerter kam und den Hengst wieder am Halfter nahm und in seiner Box zurück führte. Also ein großartiger Vererber, der eigentlich bis zum heutigen Tage seine Zeichen gesetzt hat. Und hier an ihm seht ihr eigentlich, wie dieser Typ aussehen sollte. Er war groß, er war stark, er war typvoll dabei und hatte doch ganz viel Bewegung und ganz viel Gang. Seine Mutter Stuten in Trakenen haben wertvollste Grundlagen geschaffen, seine Söhne zählten in den Landgestüten zu den sichersten Vererberen. Und den entdeckte er in der Landespferdezucht, diesen großartigen Dampfross. Und er hat später einmal geschrieben, der einzige Hengst aus der ostbräussischen Privatzucht, der als Hauptbeschäler in Trakenen eingesetzt war und in vollem Maße befriedigte, war Dampfross. Der Hengst selbst war nach ungewöhnlichem Muster gezogen, ein Sohn des Dingo, also da im Memelland geboren, aus einer Mutter namens Laura, die in der zweiten, eine richtige ostpreußische Bauernstute, in der zweiten Generation keine Abstammung mehr hatte. Also das war eine Vorbuchstute. Lukas, wie wir es heute sagen, eben Anhang, eben erst im Stutbuch Anhang. Eine Stute, die nicht im Hauptstammbuch eingetragen war, weil die Abstammung nicht vollständig war. Trotzdem scheute er sich nicht, diesen Hengst einzusetzen. Mit einem großartigen Erfolg, denn dieser Dampfross funktionierte in der Anpaarung mit Töchtern des Tempelhüter in überragender Weise. Zahlreiche gekörte Söhne. An erster Stelle der legendäre Pythagoras, zu dem wir noch später kommen. Zahlreiche Töchter von Dampfross. Und dann eben hat er in einem Maße eben auch diesen Trakener-Typ konsolidiert und diesen großen Gang mitgegeben. Alles eine Folge der nahen Inzucht auf diesen großartigen Flügel, den ihr vorhin schon hattet, den großen Typerhalter Trakenen. Lehndorf war ein Mann mit einer ganz großen Persönlichkeit. Ich denke aber auch zu diesem Thema, das wir heute haben, gehören auch menschliche Schicksale dieser Landsteinmeister. Er hatte sechs Kinder, fünf Söhne und eine Tochter. Und diese Söhne wuchsen ja alle in Trakenen auf, teilweise schon in Graditz vorher, waren begeisterte Reiter. Und wie der Zweite Weltkrieg kam, war Lehndorf schon lange aus seinem Amt zurückgetreten. Hier zeigen wir noch einmal seine Söhne im Jahre 1933, ein Jahr nach Trakenens 200-jährigen Jubiläum. Links der älteste Sohn Heinfried, der gemeinsam mit der Mutter Ende Januar 1945 von der Sowjetarmee erschossen wurde auf der Flucht. Der Zweite daneben ist Hans Graf von Lehndorf, euch allen ein Begriff, der Autor des Ostbräuschen Tagebuches und von Menschen Pferde weites Land, ist der Einzige, der überlebt hat und dann noch Oberarzt oder Chefarzt in Bonn, Bad Godesberg nach dem Kriege wurde. Dieser hier, das ist Georg, der drittälteste, der an der Ostfront bereits 1943 gefallen ist. Das ist der nächst jüngere Elard, der bei einem schweren Reitunfall auf der Rennbahn in Karlshorst bei Berlin einen Schädel Basisbruch erhielt und dadurch einfach nicht mehr richtig in Gang kam, wie dann der Jüngste, der hier nicht abgebildet ist, im Alter von 18 Jahren, Meinhard, im Jahre 1940 an der Westfront fiel durch einen Kopfschuss, war die Trauer seines nächst älteren Bruders so groß, dass er nach zwei Monaten auch starb. Diese Familie hat eigentlich dasselbe Schicksal geteilt wie ganz viele ostpreußische Familien, große Pferdezüchter Familien, sie sind nahezu ausgelöscht worden. Der Vater Siegfried Graf Lehndorf ging dann nach Westen, er war dann in Westdeutschland noch ein anerkannter Turnierrichter und hat noch eigene Jahre hier die deutsche Pferdezucht und Vollblutzucht begleitet, aber eben natürlich mit gebrochenem Herzen. Ein Jahr vor dem Jubiläum 1932 wurde er vom Oberlandstallmeister abgesetzt in Trakenen. Das geschah so. Oberlandstallmeister Gartermann war zu einem offiziellen Besuchstermin in Trakenen angemeldet und sie saßen im Büro des Landstallmeisterschlosses und berieten über einige zukunftsweisende Maßnahmen in der Pferdezucht Trakenens. Die Gattin des Landstallmeisters eine Geborene von Oldenburg Januschau saß daneben und dann verlangte der Oberlandstallmeister dass doch die Frau des Landstallmeisters bitte dem Gespräch nicht mehr beiwohnen solle. Es ginge sie nichts an. Sie solle sich um ihre hausfraulichen Pflichten kümmern, worauf sie dann meinte, sie hätten nie in ihrer Ehe Geheimnisse voreinander gehabt und sie blieb dabei sitzen und im Übrigen würde sie sich verbitten dass der Oberlandstallmeister ihre Söhne weiter duze denn sie wäre über das Alter hinaus. Das führte zu einem Riesen-Eklat und es dauerte nur wenige Wochen und da kam das Abberufungsschreiben aus Berlin. Also reine menschliche persönliche Gründe für das Ausscheiden dieses großartigen Landstallmeisters die Ostpreußische Schüchterschaft stand Kopf. Sie haben Briefe und Eingaben nach Berlin gemacht und darum gebeten dass dieser Landstallmeister bleiben solle weil er ein großartiger Pferdemann war. Aber ein Jahr vor dem Jubiläum musste er scheiden und es kam Dr. Ernst Ehlert den hat man den Traken Väterchen genannt weil er seine Gestütswerte alle so sehr umsorgt hat. Das war eine richtige Familie dort weil das waren die großen Zeiten in Trakenen eben noch und dann hat er es vor allen 1932 mit diesem Denkmal geschaffen. Da seht da seht ihr den alten 29 jährigen Tempelhüter hier von seinen vier Gestütswärtern begleitet. Hier wird gerade am 23. September 1932 das Standbild der Bronze dieses großartigen Vererbers zum 200 jährigen Jubiläum enthüllt und das ist im Großen und Ganzen die Kröne und die Krone Trakenens gewesen. Das war 1932 und Väterchen Ehlert machte weiter. Er hatte eine wunderbare züchterische Basis gefunden, die seine Vorgänger sowohl der Burkhardt von Oettingen, der Graf von Sponeck, der Siegfried Graf von Lehndorf geschaffen hatten und er konnte da ganz toll weitermachen auf diesen Grundlagen. Die Stutenherden standen in ihrem einheitlichen Habitus auf so hohem Qualitätsniveau. Hier links die gemischtfarben Herde in Bajorgallen, hier rechts die Rappherde in Gurschen auf dem Heimweg in den Stall, unten die braune Herde. Und er ist eben auch derjenige gewesen, der dann die von Landsternmeister Graf Lehndorf gezüchteten Hengste Hyperion aus dem Landgestüt als Hauptbeschäler nach Trakenien holte. Oder bis dann den großartigen Pythagoras von Siegfried Graf Lehndorf gezüchtet, der passt im Grunde an eine Uhrenkette in meine Westentasche, hat Elad mal gesagt, weil er so klein war. Aber ein großartiger Vererber, der wäre vielleicht der erfolgreichste Vererber geworden aller Zeiten von Trakenen, dieser Pythagoras. Und weil da auch so wunderbare Geschichten passiert sind in diesen Zeiten, die Jagden gingen ja weiter in Trakenen. Erst 1942 wurden die Trakener Jagden aufgrund des Zweiten Weltkrieges eingestellt. Will ich euch noch zwei, drei kleine Anekdoten erzählen, wie das Leben, das tägliche Leben in Trakenen eben da war, auch in diesen Zeiten, nach Lehndorfs Jahren. Es gab ja unzählige Jagden, leichtere und immer schwerere, und es ging über die Weiden, wo auch Kühe drin liefen. Manchmal sahen wir dann schon von Weitem, wie die Frauen die Milchtiere in höchster Eile von einem Koppelrick weg zum Melken in eine Ecke trieben. Da war dann was gefällig. Wo Kühe galopp gehen, legen sie eine deftige Strecke. Einmal rutschten dem Obersattelmeister Kiau in seinem Jagdpferd alle vier Beine weg und er pfiff wie ein geschmierter Torpedo auf dem Graselängs. Seine goldgefasste Brille war weg und als er hochkam, funkelten seine Auge durch einen dicken Spinat verhauen. Da kriegten Fritz Schiss und ich so das Lachen, dass der Alte uns an Ort und Stelle vermöbelt hat. Wir passten nicht mehr in keinen Anzug. Zum allem überfluss Otto Schema noch eine Wache außer der Reihe für uns notieren. Also das sind die Erinnerungen von Trakener Jagdburschen Gestütswärter Lehrling oder noch so eine wunderbare Geschichte und dann kommen wir auch schon langsam zum Schluss. Da ging heraldiger stiften. Was auch immer war, wir Reitburschen waren Mädchen für alles. Wenn die Kutscher im Fahrstall, wo auch Karl Walchukat seine ruhigen Tage verlebte, mal ein bisschen rangemusst hatte, wurde einer von uns Bengels aus dem Jagdstall abkommendiert. Eines Tages musste ich mich da melden. Sagte der alte Kowal doch zu mir, diesen großen nimmst dir jung, allein, im Schlitten, den Förster musst fahren, drei Uhr, hast mich verstanden? Wie ich den Schwarzen ins Geschirr kriege, grinsen sie alle. Lass sie, denke ich, werd den Satan schon kriegen. Wie nachher der Mausejäger, wie wir den kleinen grün berockten Förster nannten, mit auf dem Schlitten drauf saß, nimmt Heraldiker den Zagel hoch, schnurchelt und schiebt gegen die Hand, sodass man nur noch so eine Art hat. Mausejäger musste ja auch noch viele Fallen kontrollieren. Plötzlich wirbelt der Wind eine Zementtüte vor uns quer über den Weg. Da knallte es. Einmal, zweimal, das Spritzbrett geborsten, Mausejäger im Chaussee graben. Ich mich dem nächsten Satz von dem schwarzen Däubel weg vorweg gerissen, komme im Schnee zu liegen und schurre drauf längs. Heraldiker geht schiften, was er laufen kann. Nach einer guten Strecke kann ich ihn nicht mehr halten, wir tun alle Knochen weh, da ließ ich los. Mein Gott, wo blieb das ganze Geschütz? Na, was soll gewesen sein? Kam ihr Rat der Vater Katlon mit seinem Gespann stellte alles quer über den Weg und da hatten sie ihn eben. Also so war das in Trakenen, die Menschen und ihr Leben dort. Und jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Trakenens Blüte, die dann bald zu Ende ging. jetzt haben wir noch zwei, drei schöne Bilder. Und dieser Doktor Ehlert war eben auch ein Anhänger des Blutes, der dann auch wieder den einfach die Notwendigkeit sah, auch das arabische Blut wieder in den Vordergrund zu stellen. Und er fuhr nach Janow Podlaski, nach Polen und holte Fetisch. Und Fetisch ist der großartige Begründer der Maharadschaft Lanlöhren Linie geworden über seinen Sohn Famulus. Fetisch und Adamas und Ibn Netyari, alles Vollblutaraber aus Polen, kamen nach Ostpreußen und im Tausch, so freundschaftlich waren die Beziehungen, das war vor dem Zweiten Weltkrieg noch kurz, gingen drei ostpreußische Landbeschäler mit Tempelhüterblut nach Polen in die Landgestütte. Und er hat dann auch Vollblutaraberstuten nach Trakenen geholt. Wie? Weil aufgelöst wurde das Hofgestüt der Herzogin von Württemberg und der Restbestand nach Mawach ins Hauptgestüt ging, gingen auch vier Vollblutaraberstuten nach Trakenen. Unter ihnen war eben diese Dongula, eine Tochter des Ägypters Jasier. Und die Dongula wurde 1944 verschollen, keiner weiß, wo sie geblieben ist oder 1945, aber ihre Tochter Donna kam als Treckstute in den Westen und sie ist die Begründerin der weltberühmten Donaufamilie, die zu den wertvollsten Stutendynastien unserer Zuchtselden. Ein großartiger Pferdemann dieser Doktor Ehlert. Es war der 17. Oktober 1944. Landstallmeister Doktor Ehlert hatte bereits bei dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht nach Russland, das war im Jahre 1941 oder 1942, genaue Evakuierungspläne nach Berlin gereicht, wie der Gestützbestände Trakenens wohl evakuiert werden konnten. Es verschwand dort in irgendwelchen Schubladen. Es gelang ihm dann zumindest am 1. September 1944 die 85 wertvollsten Mutterstuten, die meist tragend oder auch schon betagt waren, eigenmächtig hat er die Zahl auf über 110 erhöht, nach Graditz und nach Neustadt der Dosse zu evakuieren nach Mitteldeutschland. Und die Hauptbeschüler waren auch nach Graditz gegangen, zum größten Teil. Es gelang ihm auch Mitte September einen Hengstjahrgang, den Hengstjahrgang 1942, nahezu vollständig nach Niedersachsen zu evakuieren, ins Ostpreußische, also in das Niedersächsische Aufzuchtgestüt, wo später das Ostpreußengestüt raus entstand. Darunter waren so prägende Vererber wie Abglanz und Lateran später und so weiter. Und dann waren aber immer noch 700 Pferde in Trakenen, nebst allen Menschen. Wie dieser 17. Oktober kam und die, die mit mir in Trakenen waren, die wissen genau, von was ich spreche. Wenn wir dann in der Trakenen Allee stehen, mit Blick ins Hauptgestüt und uns vorstellen, wie an diesem Morgen von allen Seiten zehn Herden gehütet von alten Gestütswärtern und Schuljungs, weil die Gestütswärter anderer Art waren alle im Volkssturm, gehütet von diesen Hirten, von diesen Reitern getrennt voneinander im starken Trab die 35 Kilometer von den Vorwerken bis ins Landgestüt Georgenburg nun wohlbehalten überstanden. Damit war zunächst Trakenen gerettet, zumindest seine Gestütsbestände. Wenige Tage später brach die Rote Armee ein und dann hörte man eigentlich nichts mehr von Trakenen. Man meinte, sie wären nun in Sicherheit. Landstammmeister Dr. Ehlert bezog in Berlin seinen nächsten Wohnsitz. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern, nahe der Grenze zum Ratzeburger Land. Betreute dort die Reste des Gestüts. Und dann kamen im Mai, im Juli und im August eben auch die Rote Armee bis dahin gerade zwar schon überrannt, damit waren die Hauptbeschäler verloren und viele Stuten. Neustadt-Dosse war schon eingenommen, damit waren weitere Stuten verloren und nach Kirov abtransportiert. Wie dann aber im Sommer 1945 eben die Rote Armee seitens der britischen Besatzungsarmee an die Russen eben übergeben wurde, also an die Rote Armee übergeben wurde, Berlin mit den restlichen Trakener Pferden. Da ging auch dieser Restbestand verloren bzw. ging nach Kirov. Dank einem britischen General namens Bolton gelang es im allerletzten Moment, einen Tag bevor die Sowjets kamen, für 27 Stuten und zwei Hauptbeschäle einen Passierschein auszustellen mit einem Stempel darauf, auf jedem einzelnen Abstammungsnachweis dieses Pferd ist vor Diebstahl, Schlachtung und Tod zu bewahren, es stellt den letzten Rest einer der größten Kulturpferderassen der Welt dar. Und damit waren diese 27 Stuten gerettet. Sie gingen ins Ratzeburger Land, einige haben die Nachkriegsraren nicht überstanden, sind verhungert oder an Krankheiten eingegangen. Aber wir haben 18, 19, 20 Mutterstuten nach wie vor in unserer Genealogie die Stammmüter unserer blühenden Stutenfamilien wurden und dazu zählen Kokette 1938 von Kankara Blitzrot geboren 1942 von Hirtensank Pelagonie 1942 vom Vollblutaraber Lovelas und diese Stutenstämme mit ihren Stammmüttern und ihren Nachfahren bis zum heutigen Tage werden immer an das große Erbe von Trakenens Landstahlmeister und von Trakenen und ihrer Arbeiterinnen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie hat euch das gefallen? Lob, Kritik und Vorschläge sind herzlich willkommen. Schreibt mir an md.johannesberg.net oder ruft mich an. Fortsetzung folgt. Untertitelung des ZDF, 2020